Der Pont Neuf ist die älteste im Originalzustand erhaltene Brücke über die Seine in Paris. Die Bauzeit begann 1578 und dauerte bis 1607. Brückendaten Die Bogenbrücke ist 238 Meter lang und 20 Meter breit. Sie verbindet den Quai du Louvre am rechten Seineufer im ersten Arrondissement mit dem Quai des Conti und dem Quai des Grenz Augustins am linken. Seine Ufer im sechste Arrondissement, etwa in der Mitte überquert sie die westliche Spitze der Ilée de la Seine. Rechts der Seine wird sie von der Rue du Pont Neuf fortgesetzt, links der Seine von der Rue Dauphine. Geschichte Mitte des 16. Jahrhunderts gab es in Paris nur vier Brücken, der Petit Pont, Pont Notre-Dame, Pont Saint-Michel und Pont Auchinche. Der Bau einer weiteren, neuen, Brücke, die den Louvre mit dem Aus der Abtei Sankt. Gemmer des Press hervorgegangenen Marktflecken verbinden sollte, wurde immer dringender. Da der umfangreiche Großstadtverkehr bereits große Schäden an den existierenden Brücken angerichtet hatte, die zudem noch komplett mit Häusern bebaut waren, bereits 1556 hatte König Heinrich II. den Bau einer neuen Brücke ins Auge gefasst, sein Plan scheiterte aber lange am Widerstand der Pariser Kaufleute. Erst mehr als 20 Jahre später, am Abend des 31. Mai 1578, legte König Heinrich III. den Grundstein für die fünfte Pariser Brücke, deren wesentliche Besonderheit sein sollte, dass auf ihr keine Häuser und Geschäfte stehen sollten. Man sollte sie also überschreiten und dabei zugleich die unter ihr hindurch fließende Seine sehen können. Das hatte es in Paris noch nicht gegeben und stieß bei der Pariser Kaufmannschaft, die dem nicht genutzten Verkaufsraum auf der Brücke nachtrauerte. Auf Ablehnung, die Brücke wurde schließlich nach fast 30-jähriger Bauzeit in der Regierungszeit von König Heinrich IV. fertiggestellt. Auch bei der nur zwei Jahre später fertiggestellten Pont Henry IV. in Chatelle-Ault und bei der erst 25 Jahre später fertiggewordenen Pont Neuf in Tulaus wurden trotz ähnlicher Breite keine Bebauungen zugelassen. 1985 wurde die Brücke vom Künstler-Ehepaar Christo und Jean-Claude verhüllt. Die Vorbereitungsphase zu diesem Projekt hatte zehn Jahre gedauert, was unter anderem daran lag, dass das Einverständnis des damaligen Bürgermeisters von Paris Jacques Chirac eingeholt werden musste, Besonderheiten. Pont Neuf war die erste Brücke, welche die Ufer durchgehend miteinander verbannt und nicht eine auf einer der Inseln versetzte Straße weiterführte. Da es auf ihr nahezu keine Häuser gab, konnte man bei ihrer Überquerung immer wieder die Seine sehen. Jedoch gab es auch einige Verkaufshäuschen jeweils oberhalb der Pfeiler. In einem Pumpturm namens La Samaritaine waren bis 1813 Pumpen zur Wasserversorgung des Chardes des Toleris untergebracht. Siehe Nikolas Ragünets Gemälde, außerdem waren auf ihr erstmals in Paris beiderseits von der Fahrfläche abgetrennte Gehwege. In der Brückenmitte steht eine Reiterstatue Heinrich IV., eine Skulptur von François-Fried-Éric Lemot nach dem Vorläuferstandbild von Pietro Thacker. Nachdem dieses von der Witwe in Auftrag gegebene Werk in der französischen Revolution zerstört worden war, verschieden ist. Die Brücke war zentrale Kulisse des Films Die Liebenden von Pont Neuf von Leos Carax. Im US-amerikanischen Spielfilm Die Born Identität versucht die Hauptfigur Jason Bourne, sich an der Pont Neuf mit seinem ehemaligen Arbeitgeber zu treffen. Am rechten Ufer der Seine befindet sich am Brückenende das nach dem ehemaligen Pumpturm benannte frühere Warenhaus La Samaritaine.